Auch heute am Freitag, am zweiten Tag der Bestmesse in Graz, ist es hier richtig voll. Schüler und Schülerinnen aus allen Altersklassen, aus allen Regionen der Steiermark sind hier vertreten. Und jetzt zeigen wir euch, was der Freitag auf der Best hier so gebracht hat. Für den neuen Ureinstieg haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nämlich haben wir einen Mann zu uns ins Studio geladen, der sich mit Tagwacht tatsächlich sehr gut auskennen muss. Und das ist der Christian Adama. Er ist Hauptmann beim Bundesheer. Christian, wie schaut es aus bei euch mit Aufstehen und vor allem mit pünktlichem Aufstehen? Guten Morgen Max, danke für die Einladung ins Studio. Wir sind ja schon sehr spät dran. Der Soldat, der durchschnittlich ist jetzt schon seit drei Stunden wieder wach und wird um sechs ganz zart aus den Federn geholt mit einem zarten Tagwache. Das ist vielleicht ein bisschen lebendiger als zu Hause. Um sechs Uhr aufstehen, Zähne putzen und dann starten wir in den Tag. Wie schaut es aus mit Morgensport? Haben Sie heute schon gemacht? Ich nicht. Nein, ich muss jetzt gestehen, keinen Morgensport gemacht, außer ins Auto gestiegen und wieder ausgestiegen. Heute noch nicht. Wie geht es für junge Menschen, sich einen Job in einem anderen europäischen Land zu suchen? Dafür gibt es in allererster Linie ein Netzwerk bestehend aus rund 700 eures Beraterinnen und eures Berater quer über alle europäischen Länder, also das heißt alle 28 EU-Mitgliedsstaaten. Da kommt Käse daher und das nicht zu wenig. Das ganze Leben ist Lernen und Sie haben, solange Sie am Leben sind, bereits gelernt und zwar die ganze Zeit. Was ist Mundwerk? Ja, Mundwerk ist besonders. Die besondere Band. Das heißt, die Menschen haben ein Handicap, sind aber in der Lage, erstklassige Musik zu machen. Jetzt für die Nummer spielen wir. Stay by me! Hey! 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 Wenn der Nacht hat, und Lannister stand, stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand, stand by me. Oh, 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 stand, stand by me, stand by me. Ja, das war Mundwerk. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie hier waren. Und in Kürze geht es bei uns schon weiter, da geht es ja Schlag auf Schlag und ich gebe jetzt schon zurück ins Studio.